links rechts links 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 rechts noch nie habe ich einen so traurigen haufen gesehen ihr seid nur aus einem grund hier und dieser grund ist der krieg ich sag's euch der krieg habe ich was im gesicht rekrut anschauen sie nicht so da kriegt man ja albträume licht saustalasien eine inselgruppe im südpikzifik unsere aufklärungseinheiten berichten von großen schweinefraß vorkommen schnauze schweinefraß ist das herzblut jeder nation wer den schweinefraß hat hat die macht und dafür kämpfen wir was genau bedeutet das für uns und als soldaten müssen wir in die schlacht ziehen vernichten mit mgs mit bombenmessern mit unseren bloßen händen aber bevor der spaß so richtig losgeht erst mal noch ein paar lehrreiche kurzfilme über alle eventualitäten des krieges film ab armeen marschieren auf die welt erzittert zu lande zu wasser und in der luft magere zeiten brechen an während unsere soldaten in die schlacht ziehen geht es auch an der heimatfront hoch her wir bauen große bomben panzerknacker bomben und spezielle bomben maßgeschneidert für jeden einsatz so ist recht und denkt daran jungs der krieg wird auch zu hause geführt für drückeberger ist kein platz mit ein bisschen glück ist weihnachten schon alles vorbei hi der witzker der laas hier willkommen an der front wir spielen frontschweine ein altes playstation 1 kultspiel und eins meiner lieblingsspiele aus meiner jugend das spiel ist nicht umsonst ein kultspiel denn es ist saukool und damit habe ich den ersten dummen wortwitz abgehakt da werden noch mehr kommen das liegt am spiel was ist frontschweine frontschweine ist ein artillerie strategie spiel ähnlich wie worms nur halt in 3d also wie worms 3d nur besser wir beginnen einfach mal neues spiel wir dürfen uns jetzt ein team auswählen haben da sechs zur auswahl wir haben da die briten wir haben die franzosen wir haben die amis die russen die japaner eigentlich eher asiaten ist eine mischung und die deutschen es gibt auch noch ein siebentes team das leader team team lard gegen das kämpft man normalerweise in der letzten mission und wenn man das spiel durchgespielt hat dann beginnt der hard modus wo man denn automatisch das leader team spielt man kann aber auch von anfang an gleich das leader team spielen dafür wählt man einfach ein team aus und dann benennt man es um man gibt einen sheet ein marley picks gibt man dann ein und dann darf man das spielen schieds gibt es ja heute nicht mehr so heute wird dafür geld verlangt so schnell ein team lard team lard das lila team ist so eine mischung aus allen nationen hat so schweine aus ein nation dabei und ja ich werde jetzt die ganzen schweine umbenennen und dann sehen wir uns gleich wieder ich habe jetzt einfach mal einen spielstand geladen wo ich schon alles vorbereitet hatte leider kann man die namen nicht allzu lang machen maximal sieben zeichen deswegen hat alles abgekürzt wir haben blutwurst wir haben notration wir haben ein schwein wir haben dosenfleisch metzgerfrisch tofu sauhund und fettarm tofu sauhund und fettarm werden wir in der ersten mission spielen und danach nie wieder danach werden sie in der reserve versauern ab erst mal gibt es das training willkommen im trainingslager aus rosigen ferkeln werden hier echte eber geschmiedet und dich machen wir auch noch zum kampf keiler also vorwärts zack zack folge dem grünen pfad und sammle deine erste waffe ein siehst du dass jede kiste ein kleiner brauner punkt auf deiner karte ist gut laufe einfach durch die kiste durch auch rein brust raus was schicken die mir nur ich will den erst mal aussprechen lassen drücke die kreistaste um dein waffenmenü auszuklappen mit der x-taste wählst du dein bayonett aus später bekommst du weitere waffen das bayonett ist nur im nahkampf wirksam gehe nahe an deinen gegner heran mit der x-taste stößt du zu komm zu papa basta gut folge dem gelben pfad zum schießplatz und sammle die kiste ein ist eine trainingsmission ist ein tutorial näherst du natürlich erstmal die grundlagen was auch wichtig ist jetzt drückt wieder die kreistaste und hol das gewehr raus das gewehr gibt einen schuss in einer geraden linie ab mit der l1 taste zielst du durchs der ist nicht umsonst blutwurst verdammt richtig die kugel von dem gewehr hat eine ballistische flugbahn also die fliegen die ganze zeit geradeaus sondern stürzt dann irgendwann zu boden und ein gewehr macht immer 20 schaden feuer okay mit der nächsten waffe triffst du eine mücke auf 100 meter entfernung hol dir das scharfschützengewehr diese waffe funktioniert wie das normale gewehr nur es zoomt automatisch heran um deine schweinsäuglein zu schonen vorsicht je länger du zielst desto unsicherer wird ein schuss putz beide ziele weg aber zackig man kann auch zielen und dann aufhören zu zielen und dann zittert es nicht mehr der ist für onkel sam verdammt richtig und die kugel von dem scharfschützengewehr fällt nicht zu boden die fliegt immer geradeaus bis zum ende der karte also hat keine ballistische flugbahn und scharfschützengewehr macht immer 40 schaden jetzt habe ich dich vorhin die fresse ich glaube du bist jetzt fit für etwas explosiveres folge dem roten pfad zum granatenstand und sammle deine neue ausrüstung ein aber im schweinsgalopp eine granate hat mehr wurz als alles was du bisher in den hufen hattest also vorsicht mit der x-taste stellst du die wurfweite ein die du unten auf der anzeige ablesen kannst wenn du noch mal x drückst explodiert die granate denkt dran mehr energie gleich mehr entfernung na los man hat relativ schnell raus wie viel kraft man in eine granate schlägen muss damit man trifft man kann die granate manuell zünden da habe ich zu früh gezündet eine granate macht maximal 30 schaden ansonsten halt weniger wenn man nicht richtig trifft wenn man zu früh zündet und so du hast es so gewollt und granaten können natürlich auch kullern jetzt folge dem blauen pfad zum see dort zeige ich dir einen trick im laufschritt marsch wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt das spiel sieht relativ gut aus das liegt daran dass ich über emulator spiele e psx e die pc version ist leider verbuggt der funktioniert die kai nicht die gegner laufen nicht die sind ganze zeit statisch und direkt über playstation spielen ist halt ein bisschen mit der aufnahme ein bisschen komplizierter kappt die cd eh nicht mehr kappt irgendwo noch die hülle rumzuliegen und die cd ist leider verschwunden das ich traurig finde so eine granate hat es in sich wenn du den zielwinkel mit der r2 taste auf flach stellst du und ordentlich kraft in den wurf legst springt sie wie ein stein übers wasser trifft die ziele auf der anderen seite oh und bitte nicht ins wasser fallen so hart bist du noch nicht man kann granaten flitschen man kann auch andere waffen flitschen dir werde ich zeigen verdammt richtig das war ein perfekter treffer man muss jetzt hier nicht flitschen man kann auch einfach normal werfen das ist den spiel ja eigentlich aber sicher doch du hast einen guten wurfarm jungchen und jetzt etwas sport folge dem violetten pfad und klettere über das tor mein wurfarm war gut nur mein reflex die granate zu zünden war ein bisschen zu langsam das wird knifflig also hör zu du musst über diese zerstörte brücke im anlauf und spring mit der quadrat taste wenn du an der lücke bist und versuch nicht nasser hinter den ohren zu werden als du schon bist ich kann nicht garantieren dass ich den sprung schaffe ja jetzt springen ist manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen da extra kackt aber wir haben ein midi pack dafür hol dir jede medizin kiste die du kriegen kannst du wirst sie brauchen in diesem minenfeld wer da reintappt kommt selten in einem stück wieder raus merk dir die roten gebiete auf deiner karte und meine sie und jetzt holgst du vorsichtig dem trampelpfad und schnappst dir die kiste da drüben na schön fett schwarte du hast gerade eine ladung tnt eingesammelt vorsicht das zeug ist gefährlich klar wir werden die tür dieses hauses sprengen wähle das tnt aus und platziere die ladung mit der x-taste dann bleiben dir fünf sekunden um in deckung zu gehen aber nicht ins minenfeld mit tnt kann man strukturen weg sprengen diese tür knutscht nie wieder jetzt schau ob du da drinnen etwas nützliches findest mit mehr tnt könnte man auch die mauern weg sprengen also die sind nicht unzerstörbar die kann man zerstören mit genug schaden wir haben das hier deponiert um dich etwas aufzumöbeln am unterstand auf der anderen seite des minenfeldes kriegst du neue anweisungen aber sei vorsichtig ja ich bin schon vorsichtig die steuerung ist ein bisschen hakelig also das bewegen ist nicht ganz so fein das hier ist ein unterstand wenn dein innerer schweinehund sich meldet gehst du nah ran und drückst die dreieck taste um hinein zu kommen auch fahrzeuge werden so benutzt mit der dreieck taste kommst du auch wieder hinaus wenn du fertig bist kriegst du am ende des violetten pfades dein letztes spielzeug deine letzte übung mit der bazooka die letzten beiden ziele die bazooka funktioniert wie eine granate nur schießt sie viel weiter na los doch mit der bazooka war ich nie wirklich gut weiß ich nicht ob ich treffe hier drüben ich glaub so weit ja ich bin dabei sir ne bazooka macht wenn sie perfekt trifft 40 schaden ein kinderspiel sir ist es ein kinderspiel 38 schaden du hast das trainingslager in rekordzeit hinter dich gebracht ab mit dir marsch marsch dann holen wir mal die reserve nach vorne die erste mission dürfen die machen danach schicken wir sie wieder auf die ersatzbank und dann dürfen sie da verrotten bis zum ende des spiels aber einen kampfeinsatz dürfen sie erleben viel spaß jungs saustallasien der kontinent das ist das erste gebiet kapkeilerkopf und unser erster gegner sind die rossen generalstab der brückenkopf streng geheim wir geben ihnen das kommando über ein team von frontschweinen sie nehmen am kampf um kapkeilerkopf teil ihre schweine haben je drei granaten und ein gewehr samt bayonett zeigen sie mal was sie können mayor grimschwart kisten einsammeln und nicht ins wasser fallen alle schweine mit der falschen uniform abservieren das war das missionsbriefing das ist die erste mission der brückenkopf alles klar alle klar dann legen wir mal los wenn man zum ersten mal spielt und noch nicht weiß wie alles funktioniert kann ein bisschen schon kompliziert sein selbst das erste level aber wenn man weiß wie es funktioniert dann ist das alles gar kein problem jetzt gibt's was auf die glocke großer genau großer an die glocke perfekte 30 schaden so dimitri was sucht du er schießt auf mich hier ihr hunde hat er schon richtig gesehen sauhund war korrekt außer dass er halt einer ist und nicht mehrere so den lassen wir jetzt da in ruhe wir könnten ihn jetzt bereits töten aber der ist ne weile jetzt nicht dran warum sollte ich den töten kann ich mich erstmal um den da kümmern den schmeißen wir auch ne gemütliche granate an den kopf ich mach dich kaputt dann machen wir ihn kaputt von russen zum russen mein team ist international mein team ist multi kulti und er humpelt sich jetzt erstmal ihn ab was tust du granate schmeißen gegen die tyrannei welche tyrannei ich bin kein tyrann wie bitte ja denkt mir auch so und jetzt kümmern wir uns um den dritten den dritten können wir sofort töten dafür müssen wir zu der waffenkiste oben in die ecke auf der minimap oben links denn dort drin ist ein tnt und tnt macht 50 schaden und der gegner hat 50 leben also ist er denn tot dann haben wir noch eine waffenkiste beim fluss auf einer kleinen insel da ist der bazooka drin bazooka macht halt nur 40 schaden und auf den kleinen berg da da ist ein scharfschutzengewehr glaubt drin brauchen wir nicht funktioniert alles so haben wir gleich hinter uns beziehungsweise er hat es gleich hinter sich du darfst jetzt planschen gehen ich spreng dich nämlich ins wasser ist eigentlich egal der stirbt so oder so aber ja aber trotzdem sein nasses grab finden klatsch dort und so den rest schaffst du auch noch ja manchmal ja manchmal hakt der emulator deswegen gibt es manchmal so fehl sounds nehmt das ihr kröten zuerst hunde jetzt kröten oder was dafür musst du sterben der hat perfekt getroffen mein schwein mein schwein ist in gefahr wenn jetzt der sich dazu entschließen würde den hier anzugreifen dann wär der tot wahrscheinlich so und du kriegst jetzt ne kugel in kopf oder irgendwo rein jetzt kommt die mega dröhnung da ist er weg da ist er weg ich hatte noch so viel vor weiter so die schwächlinge können einpacken so fiodor oh 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 nein dreh dich um greif den nicht an nein bloß nicht ja greif den an so jetzt musst du aber sterben also meine schweine sind in gefahr der muss jetzt sterben du wirst zu brei gemacht du wirst zu brei gemacht ich hatte kurz angst das ist das ende dieser mission die ist vorbei und da war die mission erfolgreich dafür kriegen wir in ordnen und dafür dass alle überlebt haben dafür kriegen wir auch in ordnen wir waren zum schluss doch irgendwie ein bisschen auf der waage ob das doch noch klappt schwein gehabt the daily grunt nachschlag gefällig general dreht feindliche schweinehunde durch den wolf ok wenn du orden hast kannst du deine schweine jetzt befördern jeder rang hat seine stärken und schwächen du musst herausfinden welche für deinen kommandostil am besten geeignet sind so die reserveleute wieder auf die ersatzbank und die anderen in die richtige reihenfolge bringen wird halt mir aufgeschrieben äh dosefleisch blutwurst ein schwein notration und metzgerfrisch genau dosefleisch wird befördert zum pionier der hat jetzt immer eine tnt dabei und minen und blutwurst wird unser kanonier der hat jetzt halt mörser und eine bazooka auch wenn ich nicht so gut mit der bazooka bin ich muss das lernen im laufe des spiels wieder das ding zu benutzen richtig zeit praktisch beizuhaben kann halt weit schießen und macht ordentlich schaden und ansonsten wärs das mit der ersten folge ich hoffe sie hat euch gefallen und wir sehen uns dann auch hoffentlich in der nächsten folge wieder beziehungsweise ich hab eigentlich vor das denn im stream weiter zu spielen und wär schön wenn ihr denn dabei sein würdet würde mich freuen ich geb dann wahrscheinlich auf twitter bescheid oder ihr folgt mir dann halt auf twitch links halt in der beschreibung und ja danke fürs zuschauen lasst gerne einen kommentar da und bleibt gesund bleibt bunt macht euch einen bunten tschüss